Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Ananas-Fäter-Häppchen. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich liebe ja Fingerfood-Ideen und die heutige Fingerfood-Idee wird auf einer Zedernholzplanke zubereitet. Ich habe jetzt hier zwei Zedernholzplanken vom Grillausrüster meines Vertrauens, die packe ich aus. Und viele von euch kennen das bereits schon, diese müssen zuerst einmal in kaltem Wasser gewässert werden. Gut und gerne zwei Stunden. Ich habe hier so eine kleine Auflaufform, die kennt ihr schon von vielen von meinen Rezepten, die ist universal einsetzbar. Da kann man auch wunderbar diese Planken drin baden. So, ich drücke das zwar jetzt so runter, das schwimmt jetzt gleich wieder nach oben, aber wenn man einfach eine Flasche oben drauf setzt, dann ist das schwer genug und es bleibt die ganze Zeit unter Wasser. Im nächsten Schritt brauchen wir eine Ananas. Diese befreien wir von Strunk und Boden und dann schneide ich hier so von außen nach unten die Schale herunter. Das habt ihr bereits schon mehrfach gesehen, da erzähle ich euch sicher nichts Neues. Jetzt halbieren wir die Ananas und eine Hälfte kommt in ein Rezeptvideo von nächster Woche und die andere Hälfte bereiten wir heute für unsere Ananas-Häppchen zu. In dem Fall schneide ich einfach so den Strunk heraus und habe jetzt wunderbar in dieser Größe so kleine Würfel. Diese kleinen Würfel sollten ungefähr so die Kantenlänge 2,5 cm mal 2,5 cm haben oder 3 mal 3 oder 4 mal 4, so ein bisschen quadratisch. Am Ende könnt ihr euch aber auch einfach ungefähr an der Breite eurer Bacon-Scheibe orientieren. Jetzt habe ich Feta. Diesen Feta-Käse habe ich so geviertelt und auch hier schneide ich jetzt so Quadrate in ähnlicher Größe wie die Ananas. Das muss nicht hundertprozentig genau sein, aber so ungefähr die Richtung hilft ungemein, wenn man dieses kleine Päckchen nachher zusammenbaut. Dann brauche ich Barbecue-Rub. Das hier ist so ein Universal-Barbecue-Rub. Kennt ihr sicherlich. Irgendetwas, was ein bisschen Würze bringt. Und da wälzen wir jetzt unsere Feta-Stückchen drin. Wer von euch das Gericht mal zu Hause nachmachen möchte und eine ungefähre Zutatenliste benötigt, findet diese wie immer unten in der Videobeschreibung. So, ich habe das jetzt mal hier ein bisschen vorgedreht. Und als nächstes oder sogar als letztes benötigen wir Bacon. In dem Fall habe ich hier so eine normale, handelsüblichen Bacon. Schneide ich in der Hälfte durch, mache es über Kreuz, lege eine Scheibe Ananas drauf, etwas von dem Feta mit dem Barbecue-Rub und packe das so kreuzweise wieder ein. Wunderbar, kleines Päckchen. Nochmal zum Mitschreiben. Bacon, Ananas, Feta-Käse und dann zusammenklappen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, spielt aber auch an der Stelle gar nicht so eine große Rolle, weil wenn das jetzt gleich vernünftig auf die Zedernholzplanke kommt, dann hält das sogar. Also, last but not least, noch einmal zum Mitschreiben. Ich denke, ihr habt es verstanden. Ananas, Feta und rundherum in Bacon einschlagen. Hier finde ich es sogar schöner, auch wenn es ein bisschen fizzeliger ist, den dünnen Bacon zu nehmen, weil dadurch, dass ich den viermal am Ende obendrauf habe, wären diese dicker geschnittenen Scheiben Bacon vielleicht nicht ganz so. Wobei das schon jammern auf hohem Niveau ist. So, jetzt nehme ich diese kleinen Päckchen und verteile diese auf meiner Zedernholzplatte. Das hat zum einen den Grund, es gibt natürlich Geschmack und zum anderen hilft diese Zedernholzplanke unwahrscheinlich gut, damit man diese kleinen Päckchen vernünftig auf den Grill drauf und dann auch wieder runter bekommt. Mein Grillthermometer zeigt 260 Grad. Ich habe dann den linken und den rechten Brenner ausgemacht und lasse das Ganze jetzt 25 Minuten lang hier oben bei verhältnismäßig hoher Hitze garen. Wichtig ist dabei, dass der Bacon ein bisschen Farbe bekommt und ihr seht schon, es sollte insgesamt nicht zu lange drauf bleiben, damit der Käse nicht zu sehr zerfließt. Der Feta bleibt an der Stelle immer noch sehr schön feste und diese Päckchen lassen sich auch komplett unfallfrei wieder von der Zedernholzplanke nehmen. Und ist natürlich klar, wir nehmen das Ganze runter und dann müssen wir das Ganze natürlich auch probieren. Und ich muss eins sagen, das ist eine geile Kombination. Das ist süß, das ist salzig, das hat so einen Käse-Touch vom Feta und den Barbecue-Rub. Ich finde es total gelungen. Richtig geile Sache. Ja, würde mich freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Teilen, liken, kommentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus. Inнediat � Stunden. Wir kommen die Schüpfelsche. Ich bin aus. Vielen Dank.